Passe ich nicht durch. What? Ich wurde von einer Javelin getötet? Von einem Teammate? Das ist ja wohl ein Scherz, oder? Okay, ein Heli, zwei LAVs. Wahrscheinlich das eine noch von uns gestohlen. Okay. Was? Ich wurde im Team geswitcht? Kannst du mal in einen anderen Spot gehen? Ja... Ich bin in Charlie. Scheiß die Wand an! Woher kommen schon wieder diese scheiß Schüsse? Hier kann man nicht mal in Ruhe spawnen. Wo war es? Kannst du ein feindliches Leichenfanz in die Starze? Du willst nicht zufällig mit mir fahren? Ah, wo bist du? Achso. Ich bin tot. Ah. Ich auch. Ah, wir haben das Fahrzeug zerstört. Das ist jetzt erstmal die Hauptsache. Die laufen jetzt als Infanterie dahin. Das heißt, die... Oh Gott, die haben noch mehr da. Okay, Plan B. Hinter uns. Aufs Bot. Oh Gott. Alles klar? Ich kann mich nicht gescheit lenken. Ich kann mich nicht lenken mit den Scheiden. Warum geht das nicht? Ist kaputt. Eigentlich nicht. Wo bist du überhaupt? Ach, du bist schon mal ganz anders. Fahrzeugkampf unfähig gemacht. B, bist du gestorben? Ich habe das Fahrzeug zerstört. Ich weiß nicht, warum ich gestorben bin. Ach so, ich bin eben im Fahrrad. Ich werde überfahren. Aber ich habe zwei Gegner getötet. Ich habe den Panther gelötet. Irgendwas läuft hier eindeutig schief. Und ich bin trotzdem vorne. Wo bin ich denn? Naja, der Fallschirm. Oh. Ich habe ihn getötet, obwohl er schon auf dem Boden war. Kann man mittlerweile eigentlich auch Flugzeuge erfassen? Nein. Ich glaube, da hocken ein paar Sniper bei B. Bewege dich mal so ein bisschen zufällig. Also schon in eine Richtung, aber... Ich bin dort. Das war ein guter Heli-Pilot, muss ich sagen. Irgendwo hier ist ein Sniper. Von der Super Hornet? Der hat einen Lenkflugkörper an der Super Hornet installiert. Also irgendwie sind wir hier nur am sterben. Irgendjemand von uns muss einfach mal zu B und auch bei B bleiben. Mh, ja. Ist ja kein Geländemotorrad. Ist ja noch ein Straßenmotorrad. Mh, mh. Ja, Aggressionen. Einfach mal hier plötzlich durch die Gegend fahren. Juhu. Dann lenkt er auch noch in die falsche Richtung, obwohl ich ihn in eine andere Richtung gelenkt habe. Mh, ist klar, ne. Wo bist du? Ach, da. Äh, was machst du da? Ähm, nichts. Achso. Hast du nicht gesagt, jemanden muss Wäsche beidigen? Ja, aber ist ja schon. Okay. Reparier mal den Panzer da vorne. Geht schlecht. Why? Ich werde von der Super Hornet erwischt. What? Wo bist denn du gestorben? Ich hab dich gar nicht gesehen, wie du gestorben bist. Ich bin Medic. Das war lustig. Ich wollte gemein, also reparier mal bitte den Panzer. Und dann, boom. Reicht kurz. Ich spawn, spawn bei mir und dann hier Panzer reparieren. Das LAV. Da waren Scharfschütze bei uns auf dem Dach. Oh, da ist ein Toter. Hier ist irgendwo ein Gottverdammter Sniper. Helikopter. Helikopter. Ich weiß, wo der Sniper ist. Und der Heli hat mich erwischt. Hier kommt es ums Verrecken aber auch nicht weiter, ey. Vorsicht, auf dem Turm da oben ist einer. Pass auf. Da ist ein Sniper. Dann wird ein Sniper. Wir müssen den Sniper angreifen. Gemässert? Ich seh den Scharfschützen. Ich wurde schon wieder teleportiert. Ich konnte nicht zielen. Bei B sind wieder Panzer. Da fährt einer mit dem Motorrad nach E. So wie es aussieht. Ich lasse Motorrad. Vorsicht über uns. Großer Heli. Ich versuche uns hinter dem Panzer da vorne zu schmuggeln. Und wir beide steigen dann aus und hauen eine RPG in ihn rein. Aussteigen. Ich habe einen getötet. Ist hier irgendwo ein Medic dabei? Ah ne, wir haben schon einen Medic bei da an der Stelle. Cool, ich habe jemanden. Entspannen. Wohin des Weges, meine Liebe? Achtung, in eurem Gebiet ist ein feindlicher Sniper. Rücken mit äußerster Vorsicht. Pass auf, Sniper bei D. Dach. Vorsicht, ich habe den feindlichen Scharfschützen gesichtet. Und in eurem Fahrzeug muss auch mit ein feindlicher Vorsicht. Dach ist unter Kontrolle. Ui, 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 ui. Die Javelin kann man einfach nicht verwenden. Die ist total nutzlos. Fähigut. Da ist irgendjemand auf der offenen Fläche. Ich bin tot. Von? Von den Leuten, die auf der offenen Fläche waren. Achso. Okay. Ich muss ungefähr wissen, wo die sind. Da kommt ein Tanker. Und? Da kommt ein Gegner. Ich habe mal eiskalt Selbstmord gegangen, weil die Granate wieder zurückgekommen ist. Oh, yeah. Was könntest du gebrauchen? Munition, Leben. Okay, also du brauchst gar nichts. Du bist eben wahr. Du kannst alles. Hä? Ähm. Liegt nicht. Munition ja vielleicht. Habe ich dir da hingestellt? Nee. Aua! Scheiße. Nein, da schieb ich kaputt nicht. Nein. Wieder ein Panzer. Die haben alle Punkte um uns rum eingenommen. Ich schnapp mir mal ein Motorrad. Das Motorrad ist kaputt. Ja, es war klar. Das ist Todesfalle, wo du gerade bist. Das Motorrad ist nicht, ich hätte mal besser reagieren müssen. Bitte? Das Motorrad ist nicht, ich hätte mal besser reagieren müssen. Ich wurde nur mit einer Javelin erwischt. Naja, die sitzen hier überall. Und warten auf Leute, die sich auf Motorrad begeben, um sie dann zur Javelin. Und dann, wenn... Ich weiß es vielleicht nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Äh. Oder? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Du bewegst euch auf dünnem Eis Motorrad Ich hau ab Die hat es erwischt Ich bin ausgestiegen Das ist hier eine Unmöglichkeit zu arbeiten Das ist ein E-Mund? Das ist ein E-Mund Oh cool Das ist ein E-Mund Das ist ein E-Mund Ich bin ausgestiegen